Haustelefon an und fragt dann, ist Joshua da? Er war schon voll auf der Geld. Das Beste war, als wir zusammen während der Schule essen, Mittagspause, beim Dönerladen und dann er kauft sich zwei Jumbo-Döner. Ich frage ihn so, ey, warum holst du denn zwei? Und er so, einen jetzt und den anderen tue ich mir nachher an ein Mikro. Schön Döner aus der Mikrowelle. Genius. Er ist ja auch manchmal. Das Beste ist, er wohnt mitten in der Stadt. Der Bude ist ungelogen, 50 Meter Luftfliege von ihm fährt. Ich würde sagen, warte, dass ich lieber einen Mikro haben. Ist cool. Autist? Vielleicht Zirkus-Artist? Vielleicht nicht. Macht er Musik? Ist er Rapper? Ja, er spielt Gitarre, glaube ich. Ja, er ist der Rapper, alter. Er ist die Gentsch. Okay. Oh, ich bin tot, 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 ich bin tot. Autsch, Autsch. Und schon musste ich meinen hier raushauen. Scheiße. Du hast auch noch, der Skin ist voll geil, der, der TF-Skin. Der, der, der Mantel ist voll geil. Sehen die Karten aus? Ganz normal halt, aber... Der Mantel ist schon cool. Cape, die Cape. Ich hab gehört, ähm... WQ-Kombo hier, oder was? Mal schauen, wie oft ich die hinbekomme. Ich zähl's mit... ...die Versuche. Nur die Geschafften zählen, ich, das weißt du. Oh, wow. Das war ja fast krass. Ich hab... Habt ihr gesehen? Ich hab perfekt Dings weggekickt und dann... ...Rammus hochgeschmissen. Perfekt. Und wurde hart gebrauchen. Superknall, das ist ja wieder Rise. Und Schülern ist wieder Seon. Ja, er bin mir getauscht. Wie ist wieder hier? Wer hätte das wieder? Jetzt nehmen wir mal wie den Pentacle aus. Ich will wieder, der wichtig ist, das wichtig ist, das Spiel im Team. Ach, ich hab mich hier, ey. Ja, irgendwie gehört man sich nicht unterbaut. Yes! Der war gut. Den hab ich hinbekommen, ey. Das war ne gute WQ-Kombo. Da hab ich auch alle getroffen. Oh, die Blockkarte. Amateur. Mach die extra mit meiner, ich hab keine Mana. Nix. Wer denn am Torsten? Letztes Spiel hab ich, äh, bin ich so raka und keiner hat Mana gebraucht. Ich muss sagen, ich stun Minion, sag ich, ich boke es jetzt. Ja, dein Bad klappt dein krasser Stunt-Skillshot. Ja, hier mal mit, ey. Ich bin schon gleich auf Felsen von Mana. Boah, das ist das Problem. Felsen von Mana. Ja, der Kelt wird doch stärker. Hier, die Träger, du bist, das ist scheißegal. Ich glaub, wir wissen, dass du da bist. Ja! Sick! WQ-Kombo. Sick! Ich schau mich erstmal hoch, ey. Ich mach mal Items. Pass auf, den Stunt vom Weg auf. Ja, da hielt er auch keinen. Wir haben schon wieder so'n krasses CC-Team, ey. Oh, der will an, der will an. Kriegt er aber nicht. Dann TF. Oh, der Welger. Sick ein TF, wollte so sein. Der Welger. Ah! Der. Der, 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 der Ziel ist immer schon an, dass wir nicht machen, das kann, weil ich jetzt. Ey, Dignitas gewinnt. Vielleicht ihr erstes gegen jetzt. Gegen? Ja, das ist ein. Ja, aber das, das gönnt ich den sogar. Gönnt zu den, oder gönnt zu den nicht? Dignitas sollte auch mal irgendwie was abkommen. Oh, so. Nein, die muss ein Gnadenlos in den Boden gestampft werden. Ey. Ich hasse diesen Ausdruck. Ich gönne den das, ich gönne den das nicht. Oh, ja, nice, nice. Passt so krass wie ich, aber du kriegst auch den Kuchen ab, ne? Wow. Boom! Er hat ein Greedy TF in dem Busch. Ich stehe direkt vor dir. Achtung mal in mein Twitch. Boom! Nein! Nein! Nee! Oh, krass. Krass. Dead Lifestyle. Healan! Die Heals! Die müssen hier rauskommen. Die Heals! Die Heals! Die Heals! Sick! Ja, meine W-Kombos, die laufen, ne? Also... Bissabli Andy, Katarina? Bissabli Andy, Katarina? Bissabli Andy! Bissabli Andy! Oh, scheiße! Bissabli Andy! Oh, Gott, das ist so schnell! Boah! 7-1 für Dignitas! Lauf! Hätten die ganze Ruhe genommen! Hätten die ganze Ruhe genommen! Das krieg der für den Akteflash! Gitteschön, Davy! No problem! Danke sehr, Davy! Healan! Weiter healan! Ja, ganz gut! Cool down! Weiter runter! Abgeruhr! Ja! Dead VQ-Kumbo! Ah, Regenbogen für den Präsident! Bissabli Andy! Boah! Sollte Sine auch mal auf Normal Maps holen! Bitte nicht! Sine geht ab, ey! I'm dead! Serious! Sag wer? TF? Fion! Genau! Hat ja gar nicht verloren, ey, so von Klara! Was ist Doppel hier, ey! Da! 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 Der kommt Bambus! Ich geh auf Twitch! Komm! Die sie... Pizza! Na warte, ich hab Ult eben. Schade! Oh, schade! Oh, schade! Oh, schade! Oh, ohne Ult. Oh, schade! Oh, schade! Oh, schade! ja leute ja bevor ich sterbe ich muss sammeln gold sammeln nein guck mal jetzt das war schon sick die wq kombos sitzen hier ja 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 Prozess 3 Gott das Opfer zu was wie Mike sie durch steht die Kiel die Brutte geht auch mein Gott ja es war eine ein Gesetz und jedes Mal und jemand zu retten weiß äh, Gönsch, lass mal ein, zwei, ich will leben ja, ist David true, true that ja, äh, wir haben gewonnen, ich hab Litchbane Litch oh, schade, ich mach, ey komm, Claudio in sein Penta oh mein Gott, ich kriege eine Quadrant, oh weil der Penta seine Barrier benutzt hat komm schon alter Paul hab ich doch noch gesagt, Claudio in sein Penta hab ich beschütze dich, David wie viel Kukumbo sitzt ja, sorry, diesmal keinen Ult gehabt, um ihn zu stun hallo ach, scheiß auf den, ey WELKUKUMBO SITZT WELKUKUMBO SITZT WELKUKUMBO SITZT WELKUKUMBO SITZT ja da hab ich mal 4-0 packe